Unsere Crowdfunding-Kampagne für das Buch Spielen am Rand hat ihre Halbzeit erreicht und bereits über 16.000 Euro eingebracht. Ohne deine Unterstützung wäre dies nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank dafür! Wir, Curtis, Martin, Benjamin, die Vorstände des MLC München, freuen uns sehr, dass mit deinem Support unser großartiges Buchprojekt Spielen am Rand der Wirklichkeit ein Stück näher gekommen ist. Spielen am Rand verleiht der schwulen Fetisch-Community Gesichter und bereitet ihre zahlreichen Facetten und Geschichten auf. Es wirft einen Blick auf die zarten Anfänge, zu deren Zeit Homosexualität insbesondere in Deutschland noch strafbar war. Die sich daraus entwickelnden Strukturen wie etwa Safe Spaces erlauben es unserer und nachfolgenden Generationen zu verstehen, warum wir heute dort stehen, wo wir sind. Das hilft uns abzuschätzen, wo unsere gemeinsame Reise hinführt. Mit Begeisterung blicken wir auf die Fertigstellung von Spielen am Rand. Doch bis dahin müssen wir nochmal um deine Unterstützung bitten. Trotz der Förderung durch Folsom Europe, der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, der Homosexuellen Selbsthilfe, dem Forum Queeres Archiv München mit der Münchner Regenbogenstiftung, dem LMC Vienna und dem Queergeist Berlin haben wir weiterhin eine Finanzierungslücke. Bitte beteilige dich an dieser Kampagne und teile diese in deinen Netzwerken und Social Media Kanälen. Wir freuen uns, wenn du uns auf diesem Weg weiterhin begleitest. Bis bald auf einem unserer Jubiläumsevents im Jahr 2024, bei unseren Partys im Underground oder anderswo. Wir wünschen dir und deine Lieben schöne Feiertage. Bis bald auf einem unserer Gäste. 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 Bis bald auf einem Gäste. Bis bald auf einem Gäste. Untertitelung des ZDF, 2020